Der hat eben dem Scream gerade nur echt weit gezogen. Haben wir jetzt direkt Aggro? Ne, okay. Ne, ne. Durchbuffe, weil ich so gestoppt. Links, die greifen wahrscheinlich mit an, oder? Sehen die da nur so? Ne, die stehen da nur so. Wow. Ja, die greifen mit. Ja, Bruder, das ist eigentlich ein Scheufenster, ne? Sicher, dass da eine Scheibe ist? Oh, Moment, hier sind die Schildgeneratoren. Ja, also da geht's runter, tief runter. Also ich denke mir das nun, äh... Müssen wir die auch einsammeln? Ja, ja. Vier Stück proben wir davon. Sind wahrscheinlich hinten, oder es kommen bestimmt noch zwei. Ja, auf der anderen Seite sind noch welche. Ja, ich hab hier einen. Ja, auf der anderen Seite kommt man nicht ohne Aggro. Ja. Lauf in die Schlange. Dann los geht's. Die SIV-Krieger sind da. Ja, ich hab hier einen. Tauxy, mach Schaden, ich mach das schon. Ich hab hier eine Bemühungen, um zu würdige Preis. Der, gut. Sie sind zumindest nicht völlig untalentiert. Okay, also ganz genau aufpassen, wo ihr steht. Der Sniper zur Komma war nicht uff... Klammbewerfer ist schlecht. auszuhallen ja ich kann irgendwie nichts machen egal was ich drücke das hört sich nichts wo ist er ist jetzt weg und ich glaube ich hab sie es jetzt wieder hk ist auch wieder da ich mag den jetzt schon nicht haben wir das da oben gerade weiter runter oder sah das nur so aus Um. Okay. Woah! NOOOOO! Es sah anscheinend nicht nur so aus. Schnell seitlich die Dinger kaputt machen. Ich bin nicht mehr unter euch. Ja gut, doch unter euch. Aber ich krieg meine XP noch. Uiuiui. Fauxi, der kleine Droide beim Beton muss... Das Beton geht ja zum Boss. Gut. Vernehmungseinheiten, Angriff. Ach komm, er geht wieder weg. Fauxi, es kommen ein... Beton, zieh sie an die Wand. Zieh sie dort drüben hin. Welcher, rechts oder links? Hier zu mir, auf meiner Seite. Die Leuchtkugel. Ja, hol sie einfach nur beide von mir weg. Dann komm du auch. Komm einfach her und stell dich vor den Abgrund. Uiuiui. 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 Fauxi, helfe in der Mitte. Uiuiui. Ah, jetzt geht's schon. Löscht noch irgendeine Konsole? Da hinten... Vorfähige steht noch... Ja, es gibt... Ich bin ja beim Schaufenster, die ich sag... Ach, come on. Er hat gewusst, dass du kommst. Hehehehe. Zwei, 30%. Geil. Dann gleich wieder Gegner kommen. Jo, wieder anders. Geil. Ja, wow. Geil. Fauxi, links von dir aktiviert. Durch die ganze Zeit eh und wundern mich, warum das Ding nicht läuft. Ach komm, das Ding kommt wieder runter. Ja, wegbleib. Blitze können meine... Ja, wieder weg. Beton für dich geht's auß herum, aber... Naja, ich seh's schon. Seh könnte man ein bisschen mehr Schaden machen. Ja? Elf Prozent. Warnung. Schwere Schäden erlitten. Schön. Eins. Yo. Wow. Weißt du, ich komm, ich schub's da weg. Hehehe. Hehehe. Was'n Sack. Aber ich habe bis jetzt jeden Boss, ähm, unarm betrachtet. Hehehe. So, was gab's? Handschuhe. Bis auf'n Schnelligkeitswert sind sie bei mir besser. Ja. Hm. Ähm, wie ist... Hm? Wollt's... Doch, es hat bei mir was abgelaufen. Ui. Oh, Beton. Ein Freund von dir. Wie denn immer der Kopf verdreht, nur um Beton zu erwischen. Ja, da probieren wir immer was reinflüstern, weißt du? Immer hat die letzte Bestellung nicht so geschmeckt. Und da probieren wir einfach. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Oh, wow. Ah. Oh. 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 Der ist ja von Beton, ne? Ähhhh. Ich weiß gar nicht von wem ich das hab. Von mir? Von mir? Ich glaub ja. Von mir? Ja. Nee, so ein Weiberkrom stelle ich nicht her. Ah, okay. Na ja, klar. Oh nein. Oh nein, was? Was sind das für Dinger? Ähm. Chlorschnecke! Ja, jetzt bin ich ähm beschäftigt. Ja. Die kann ich abbauen. Oh, aber was geben die? Oh, die geben schon Material Rang 4. Ich kann auch nicht mal mit Rang 3 anfangen. Wow. Oh. Sehr schön. Alles vom Haufe. Perfekt. Charge! Oh, ich muss eigentlich aufpassen. Wir sind doch außerhalb. Nicht, dass das Schwerelosigkeit ist. Und ich bin auf meiner Planet gechargt. Hm. Ähm. Beton, wenn's besser ist, macht Bedarf. Nee, ist viel schlechter. Ich hab auch viele rote Zahlen gewesen. Hm. Zu viele. Hm. Da rechts sind diese, hier sind diese Signalsender, die wir kaputt machen müssen. Ähm. Mitte. 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 Stopp! Ich hab die Dinger wegen ihrer Spucke sehr schlecht in Erinnerung. Okay. Ich hab die Stelle hier allgemein sehr schlecht in Erinnerung. schon beim nächsten. Ja. Gibt XP. Okay. XP und Geld. Ich glaub, wenn wir das hier aktivieren, kommen wieder welche. Nö. Parallel. Oh. Da ist irgendein roter. Nix. Das war die große Lupe überm Ameisehaufe. Ich liebe es, wenn die Luft nach nach einem Riecht. Ja, links kommt garantiert gleich, ach rechts irgendwas. Größeres. Jetzt fehlen ja nicht diese schönen Ladebalken. Dahin ist auch noch mal so ein großer Spinnerroboter. Ähm. Ähm. Wow. Ähm. Boss. Jaja. Echt. Oh. Seh ich gar nicht, ist so klein. Chlorschnecke Mama. Hm? Die Chlorschnecken Mama. Ähm. Ich glaub, das war grad eher ein Grafikgerät, oder? Keine Ahnung. Ähm. Ich hab keine Ahnung. Ich hing nur irgendwie unten. Na, äh. Ich bin immer rückwärts. Ich weiß nicht. Wenn mein Kopf in seinen Arsch decken haben oder so. Geh doch weg. Wenn du zu nah ranläufst. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Ding hier sehr viel schlimmer in Erinnerung. Da kommt ne Robe. Oh. Ich hab ne Schuhe gekriegt. Wollen wir die da hinten dann noch machen? Ui. Neues Oberteil bekommen. Mhm. Siehts gut aus? Achso. Eigentlich zu... Oh. Es hat ja einer noch hinter mir. Zu dem was ich vorher anhatte, eigentlich nur die Farbe gewechselt. Das gab's bestimmt nur bei Taco. Wieso? Also... Das sieht besser aus wie das Spontagierte. Ich verdrinde ihn mal in den Kopf. Na, wer tut denn du und entloote? Ja, es sind noch zwei weitere. Da kannst du klein in Ruhe luden. So. Zum nächsten. Zum nächsten. No. Ah. hier müssen nichts kaputt machen da gibt es wieder zeug für mich zum wandeln sie benutzen die waffen systeme der fabrik um unsere flotte zurückzuhalten ihr müsst die kontrolle übernehmen müssen wir jetzt ok gerübe uns wählen immer noch vier mal von diesen fabrik daten aber die bonus-quests geben halt immer wahnsinnig viel xp was denn du kannst springen ich wollte sagen es ist sogar schule und ähm ja ich glaube das hat dem Ding nicht gefallen da war doch eine Bombenstimmung kaputt was ja immer Credits in den Stecker hat sind halt reiche Viecher okay ooo haha Oh, hänge bis hier ab. Den großen Rechts wollen wir nicht machen, oder wollen wir den auch mitnehmen? Doch. Können wir mitnehmen. Es gibt Materials im Versammlung. Und die Gratits nicht zu vergessen, die da drin sind. Die Gratits nicht zu vergessen. Die Gratits nicht zu vergessen. Bis zum nächsten Mal.